ja wir werden heute und haben sie kommen mit seinen folgen vor Ort heute ist die auch schon fertig ist jede spielte gerade die abzunehmen zielo reiner will die gegen die los zwei kinder folie und schon einmal anstrahlen die will das zwei gließt hat die nahe ich will die die ja die die aus dem eigentlichen ist er ist es ist ihm in den jemals gegen spielten wird richtig krass und das auch noch auf drachen gärten aber mann ich wette die lost vikings nicht weil die sind der schwerste schau den zum spiel gibt und jetzt bin ich mal gespannt ob den mit den schlösser das ist mit abertur ist stimmt der hat auch aber auch so doch nicht ja ja aber selbst dass ich gegen lost vikings gespielt habe waren die richtig schlecht er ich habe ihn die das ist mit vor allem ich bin auf eurer seite nach dem smith bord oder ne wobei ich muss mitgehen die schlacht beginnt in zehn sekunden ich kenne nur als holo mio fünf vier drei zwei eins lässt die schlacht beginnen was pickne und ein waller hat die waller da frische waller 1 wir sind zu dritt ihr geist der kam runter grad die lost vikings sind bei euch pass auf ja einer zumindest oh ich habe waller an mir dran ich habe waller schon ziemlich gut schaden gemacht die einer von den lost vikings ist auf jeden Fall droht super ihr habt schon den gefehlt oder was ich habe einen von den schweine kontromiert sie und setzt den drachenlitter frei Oh ja, einer von den Blastwreckings ist jetzt bei mir. Alter. Also gegen die Blastwreckings spielt auch was, was man nicht jeder tut. Alle Zeit. Aktiviert die Schreine jetzt, dann gehört die Macht des Drachen euch. So, ihr müsst euch um die Schreinecke holen, ne? Wie sieht's unten aus? Ja, Twainers zum Start. Der lässt einfach einen von seinen Lostwreckingstypen hier unten, um dann den Drachen zu smacken. Das ist auch schlau. Ich wette, der hat einen oben, einen Mitte, einen unten. Okay, Leute. Nice. Ich habe auch einen von den Lostwreckings. Ah, ich verstehe. Und ich kann holen. Ich kann holen. Ich kann holen. Ich kann holen. Ja, mach mal. Ich bin jetzt eh die Ablenkung. Oh, jetzt hab ich alle in der Spikings aufgelöst. Jetzt zieh dich zurück, zieh dich zurück, geh da nicht rein. Tags, war eine Pflicht. Ein tödlicher Schlag. Oh, alle Weindungen. Gut gemacht. Ja, aber die wurde von uns grad auch ziemlich gut getankt. Gangbang. Ja, mit einer Cebo kann auch was. Ich merk's schon wieder. No. Lauf. Schenk denen noch mal Würmer. Und die Zombies. Lauf. Dankeschön, dankeschön. Jetzt lauf du. Ja, bin gerade dabei. Würmer. Nein. Die holen wir. Nein, die rennen weg. Schade. Die hätte ich geholt, wenn die weg ist. Aber zack, noch mal Würmer. Ja, schätzen wir schon. Würmer. Sollten oben helfen vielleicht. Ja, oben. Alle Luftweifel. Rache, schade. Dankeschön. Ja, ich hab dich gerettet. Dankeschön. Dankeschön. Alter. Alter. Nein. Das war alles. Das war alles. Das war alles. Zurück. Das war alles. Das war alles. Das war alles. Das war alles. Das war alles tot. Was war alles tot? Ich hab mich recht gut gedacht. Das war alles tot. Boah. Ja, wir sind gerade hier oben ziemlich so abgegangen. Ich glaub dann wird mal wieder ein Flieg zu uns. Oh, das war alles tot? wir hatten vier Fakten rausgehauen und das geht aus mit Level 8 alt da mit Level 8 Chaos da war schon jetzt jeder Kist schick Alter was ist denn mit uns los? Ich kann den Wage Mode Ja jetzt haben wir einen 311 Vorsprung Leute wir sind zurück Ja äh ich hab vielleicht die Dinger nehmen unser Kumpel steckt in der Klemme wir haben den unteren schon Oh shit oh shit Soll ich nur mit Hoffmann? Ja Wäre nicht schlecht weil da alle sind einfach Ok nicht alle Sieht so aus als andere Ich glaube sind tatsächlich alle aber die Klemme und Doppelkill Dreifachkill So das Dingle Ich hab den Den schenke ich mir noch Würmer Flasche Zack Nichts Nein Aufhören Der ist down Ich gehe down Das unbeformte Land erwartet Und Versuch dann Achso ich zeig auch mal zu Ich hab einen Supporter auf mir Den habe ich Komm schon den habe ich meine Würmer töten ihn Ohh い Nein Das ist ja Einverstanden Ist das Vote Do Je Nääääh Doppelkill Alter Die haben jetzt alle schon noch geulties und die noch nicht Doppelkill Alter Sturm Geister Ich noch nicht Alter, ich will nicht aufpassen Ich muss halt keine Mana werden Ich auch nicht Aber wer ist tot? Wer ist tot? Mit meinem Bier Oho Das wird ein unter 10 Minuten Spiel, wenn wir so weitermachen Also das letzte Mal hab ich noch gesagt, ja unter 15 Minuten, ne? Das ist gut gewesen Jetzt rappen wir den 10 Jo, läuft bei uns, ne? Jo Ich zeig ihn aber langsam halt zurück, weil wir alle keine Mana mehr haben Doppelkill Die Schreine erwachen Die sind nicht mehr gekommen Die sind nicht mehr gekommen Ja, die sind... Ja, die sind... Ihr seid mit Heiler unterwegs, Alter Ihr seid Overlevel Mach sie tot! Alter, wie viele das einfach sind Das ist doch gerade durch die Lost Vikings Das ist doch gerade durch die Lost Vikings Jetzt soll das tun aber gehen Ja Befreit den Drachenritter Und bringt euren Feinden den Druck Ich trink sie ganz auf auf Ja, er fläst zum Rückzug Drachenritter, dann haben wir gewonnen, ne? Okay, wir haben den unteren, ich geh hoch zum Oberrand Ja, dann... Ja, also einer schon mit der G-Mitte Ja... 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 Ich verstehe... Das wäre ganz kurz Ah vale... Nein! Das ist eine gute Wände Hast... Ja... Das war's Dann nehmen wir dich, Colt. Dann nehmen wir uns allein. Es sind einfach 5 Level über ihnen. Oh my god, fuck. Ich wurde grad probiert, alter. Was? Die können doch was gegen dich tun. Ja. Ich bin grad auch hier die ganzen Türbeln weg hier oben. Toplane. Das sieht alles aber böser. Ich glaub wir müssen uns keinen Stress machen die Gittertelle zu raten. Das kommt ganz von alleine. Das ist einfach kill. Das ist einfach kill. Blocks zweifach. Ich bin doch5Md. Das ist einfach kill. Doch, das ist einfach kill. Das ist einfach kill. Das ist einfach kill. Ich bin doch nur nicht. Ich bin doch alle die Gittertelle zu sein. meine ganzen Diener die da drinstehen schau dir, eine steht zu halbem Stein dritt ja Leute, das war mal wieder eine Runde nach dem Spielstil nach Maas, Alter so gehört sich das so nicht anders das ist die Quest abgeschossen BAM! Nacebo Heldenbrüste freigeschaltet und wir können schon wieder ein Portrait wechseln Nacebo! Skin Variante Ich würd sagen ich mach dann beim nächsten Mal auch gleich wieder Nacebo weiter weil wir gewonnen haben bleib ich bei dem Char und dann würde ich sagen wow du bist schwul ja und bis dahin Servus und Ciao! und bis dahin